ARD Text im Auftrag von Funk Es geht uns ja weiss Gott nicht um den Raser im Sinn von wie er jetzt geschieht, sondern um den echten Raser. Uns geht es darum, wir wollen die Sicherheit in diesem Land erhöhen. Wir reden einmal von den Opfern. Von den Opfern von Leuten, die auf die Strasse gehen und von Sekundos und weiteren Elementen grundlos zusammengeschlagen werden in einer Stadt. Nur weil es einem in die Augen genug in einem Ausgang war. Wir reden von denen, die vergewaltigt werden. Von denen, die angetatscht werden. Wir reden von allen, die uns in Köln in grossen Mengen stattgefunden haben. Unsere Leute fühlen sich nicht mehr sicher. Unsere Leute fühlen sich nicht mehr sicher. Unsere Leute wollen, und haben das vor fünf Jahren schon bekräftigt, dass kriminelle Ausländer heimgeschafft werden. Mein Gott, wenn ich zuhause einen Gast einlade, übrigens, die Ausländer sind ja Gäste bei uns. Wenn ich die einlade, und der macht zuhause ein Zeichen, dann tue ich den Gast raus. Und genau so machen wir es hier. Wenn er sich grob, mit Mord, Todschlag, ähnlichem, geht er am ersten Mal raus. Weichere Delikte, geht er am zweiten Mal raus. Das ist doch völlig normal. In diesem Statement war ziemlich alles falsch. Wieso? Köln wäre zum Beispiel um die Delikte, die es dort geht, die sind nicht erfasst. Intensivität ist nicht erfasst. Nein, die sexuelle Nötigung ist das, was bis jetzt angezeigt worden ist in Köln, nicht der Fall. Sondern das ist eine sehr andere Kategorie. Ich habe einfach gelesen, was tatsächlich hingereicht worden ist. Das wäre nichts dagegen zu schaffen. Wenn es wirklich ein schwerer Verstoss wäre gegen die sexuelle Integrität, dann kann man das auch mit der Umsetzung... Also klären wir das gerade schon mal. In Köln, wo wäre denn Ihre Initiativen erfasst? Der wäre im zweiten Fall drin. Man könnte die Delikte sogar explizit erwähnen. Ausbegriff. Aber die sexuelle Integrität... Ist das die sexuelle Nötigung? Und genau, das wäre ja noch so... Ist schon in Köln... Massenhaft... Ich weiss nicht genau, ob es bei dir... Wie du es beurteilst, aber wenn man an einer Frau... Also... Im Slippchen langt, dann geht es ein wenig weit. Aber vielleicht ist bei eurer offenen Gesellschaftsform das möglich, ich weiss es nicht. Das ist mal das Erste. Ja, das ist wichtig. Ich mag, das ist nicht drauf gesteuert...